Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffee Rösterei Benslips und der Stadt Salzgotten. Ferla ist um eine Attraktion reicher. In der Dorfmitte, im Schatten des Bürgerhauses, steht seit dem Vorabend des 1. Mai ein stattlicher Maibaum. Zwölf Meter hoch und verzehrt mit vielen Zumpfzeichen. Die Symbole repräsentieren die Handwerksberufe, die in dem Salzkottener Ortsteil eine lange Tradition haben, wie etwa der Tischler, der Metzger oder auch der Zimmermann. Krönender Abschluss bildet ein Kranz mit roten, blauen und weißen Bändern. Von 1996 bis 2008 gab es in Ferla bereits einen Maibaum. Damals war der Stamm jedoch morsch geworden. Der Baum fiel um und seither wurde die Tradition nicht fortgesetzt. Doch 2023 sollte es nach 15 Jahren endlich wieder soweit sein. Mit großem Gerät und viel Präzision wurde der neue Maibaum aufgestellt. Die Initiative dazu hatte der neu gegründete Verein Maibaumfreunde Ferla. Ja, die Embleme sind wieder aufgefunden worden letztes Jahr. Und diese Tradition war 2008 eingeschlafen, nachdem der alte Baum umgestürzt war. Und es haben sich ein paar gefunden, die dann gesagt haben, wir wollen mal wieder was fürs Dorf machen. Nach dem Kreisschützenfest ist nicht viel passiert. Wir haben erstmal geruht und jetzt möchten wir ganz gerne wieder Traditionen alt und jung zusammenbringen. Das Maibaumsetzen ist nicht nur im Lippedor Ferla eine Tradition, sondern auch in vielen Teilen der Republik, vor allem in Bayern. Die Ursprünge des Maibaumbrauchtums sind immer noch ungeklärt bzw. umstritten. Häufig genannt werden germanische Riten. Die Germanen verehrten Waldgottheiten, denen sie in verschiedenen Baumrieten huldigten. In seiner heutigen Form mit Spitze und Kranz geschmückt, ist der Maibaum seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Und nun auch wieder ein Teil der Ferlerer Dorfgemeinschaft, die den tatkräftigen Männern ihren Einsatz mit Applaus dankte. Musikalisch in den Mai begleitet wurden die Ferlerer von der heimischen Harmonie. Wenn es nach den Maibaumfreunden geht, war das Maibaumsetzen nicht die letzte Aktion des Vereins, der das Dorfleben in Zukunft noch stärker mitgestalten möchte. Ideen sind genug da. Es gibt im Dorf immer welche, die sagen, das und das könnte gemacht werden. Und wir sind jetzt dafür da, dass wir sowas realisieren können. Wir haben einen Verein gegründet und der besteht im Grunde genommen aus Mitgliedern, die gleichgesinnt sind und was für das Dorf machen möchten. Man darf gespannt sein, mit welchen Aktionen die Maibaumfreunde in Zukunft noch von sich reden machen werden. SelzerTV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Hüren Salzgotten.